Nur der VfB, wenn ich auf die Hübe geh... Herzlich Willkommen beim AdWits Special in das VfB Lübeck. War das Schlimme? Ich hab extra langsam geschaut. Was ist das Schlimme? Wir wollen uns die letzten Jahre eigentlich immer auswärtig essen, weil meine Mutter nicht die beste Küche ist, das auch selber von sich gar nicht behauptet und deswegen auch immer ganz froh ist, wenn wir eigentlich von Zahlen schmeckten wir woanders aus, außer aus Eisen gehen. In England gibt's immer eine Tradition, eine Englische Tradition, Roast Dinner, großes Flügel, Geflügel, Turkey. Turkey Dinner. Ein paar Snips. An Kevin ja jetzt schon, da kann ich mir keine Sorgen. Ja, aber wenn Sibu den rausdrückt, da kann schon... wird schon schwer. Musik... Nein, es wird schon Kevin sein, aber ist auch okay. Musik... Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, die Mannschaft hat mich gut aufgenommen, die Stadt ist herrlich, und alles gut geklappt. Musik... Musik... Ja, bei mir... eigentlich ist Kevin zuhause. Musik... 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 Ich glaube einfach, wie gesagt, erstmal ist die Mannschaft deutlich schöner geworden mit Leuten wie Kevin. Ich muss davon auch sagen, dass sie natürlich da auch das Augenmerk drauf gelegt haben, um den Gegnern auch ein bisschen Angst zu machen. Das hilft immer. Musik... Im Grunde wollen wir das zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Also wir haben uns von vornherein gesagt, dass wir von Spiel zu Spiel denken, dass wir so viele Punkte holen wollen, wie nun möglich, dass wir die Stimmung im Team haben wollen, die es möglich macht, erfolgreich zu spielen. Im Grunde ist es ja das, was es jetzt auch stark macht, dass es als Einheit formt. Und wenn wir das nach Weihnachten dann auch hinbekommen, dann kann es erfolgreich werden, denke ich. Ich glaube das. Musik... Musik... Fussball kann man sich stets und stets weiterentwickeln. Musik... 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 Vielen Dank.